Ich stehe im Moment, dass hier ab und zu sein Bart aussieht, wenn er so aussieht. Das soll man nachher gleich sehen. Die Leute, das weiß ich immer noch nicht. Der wird weggewöhnt. Hat er so käppig. Genau, das sagte er damals. Ich hatte was gefunden von Hamburg. Und da runter kam. Ich sage nicht eindeutig. Mach mich erst einmal richtig rein. Ich muss aber wissen, dass macht der Bank jetzt einen Knoten rein. Eine Schlinge. Das wäre ganz gut, hey. Das macht nicht zu weit rein. Was lassen Sie da haben Sie gemacht? Ich muss mal Scheiß sagen. Das ist das Saal, das ist schon ziemlich... Okay, dann stehe ich noch. Schnelllauber um 9,6 Grad. Schnelllauber um 9,6 Grad. Schnelllauber um 9,6 Grad. Schnelllauber um 10,6 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 Grad. Schnelllauber um 10,7 Grad. Jetzt wird wieder unschärft, Hüte. Warum geht ihr da nicht drüber? Hm. Siehst du noch was? Hm. Da musst du dich vielleicht ranholen. Hier liegt ja noch eine ganze Weichenanlage. Ja, ja. Was hast du denn in mich vorgeschickt? Nee, er wollte. Ja. Eigentlich auch nur in dem Film hauptsächlich. So, das macht es schlimm. Ich gucke jetzt, ob es Ende ist oder weiter. Und jetzt fackt euch runterzuschärfen und auch durchzuschärfen, das ist gläubig. Da unten geht's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Quelle ist, weil das wäre ja vorher dran. Aber das könnte die Quelle sein, die vielleicht bei dem anderen rauskommt, nur langsamer jetzt. Nur langsamer, ja. Gell Kai, meinst du, das ist die, dass das Wasser hinten bei dem anderen rauskommt? Wenige? Darf ich nicht, weil ich nicht so viel Fälle hinterzuschüsse, da wird es eher im Sturm drinstehen. So, wenn du rausdruckst, weißt du. So, wer will runter? Du. Kai geht als erstes schon von mir her. Wahrscheinlich ein Problem mit der... Ja, nur wenn Wasser ist. Na, dann haben wir sie da raus. Da würde ich nicht mal reden. Das heißt, wenn wir spüren was. Ist es aus? Ist es so. So eine Mini-Flamme, oder? Mini-Flamme, so. Also, stimmt so. Guck mal, das ist komplett rostisch Wasser, sogar rost aus dem Wasser. Nein, Eise aus dem Wasser aufgedeckt worden. Wohin? Wenn du da hochgestellst, dann müssen wir die... Da könntest du auch rum. Haben Sie gesagt, dieses Wasser war einmal sauberer? Nein, noch nicht mit dem Grund umgekommen. Das ist so Eisehalteschen, oder? Dann wird durch die paar Meter gespült werden. Michel? Hm? Luki, look. Ja? Wie sollst du nicht sehen? Michel, der Kamera hat doch Uhrzeit. Sagen wir bitte mal die Uhrzeit. Na, wo die Kamera steht. Der hat noch eine Zeit drin. Das ist egal. Das müsste, äh, drei Uhr siebenfünfzig. Das müsste nicht heißen, was steht auf deinem Display, Michel. Drei Uhr siebenfünfzig. Dann gleich drei. Gut, drei Uhr siebenfünfzig. Das muss eine Stunde zurückrechnen. Nein, das will ich gar nicht. Ach so. Hu. Das sieht mir so ein bisschen aus wie die Hand. Ich bin ja alle. Und, bitte, hin weiter. Ich seh nix. Hörst du mal einer? Nein. Noch mal eins. Wie? Dann machst du Semponine. Na, das ist eine Unfall. Hm? Ach so, wenn ich blitz, musst du sagen, weil das... Unfall. Jedes Jahr war ein Kommissar, ungefähr, in irgendeiner Heizung, eine Platine, eine Ristron. Habt ihr mehr Ristron, hast du schon? Das war die Hauptplatine, oder? In der Ristronik, ne? Ja, das war eine Partei der Platine, wo man von der Parabolik geredet, die alle mit einer Bundesverteuerung anstehen. In der Ristronik, ne? Hier, Herr Witt, Herr Witt. Und die haben eine Ristronik, ja. Ja, ja. Ein Haar ist, das ist so, eine Gruppe erkannt. Weißen, was war es so. Aber die Kessel selbst ist doch kein Problem, ne? Ja. Das wird ja nur von Elektronik. Ja, aber... Ich meine... Zum Kessel kann auch keiner im Grund zu... Okay, sag mal, wie ich glaube, wie es ist. Richtig, aus weiter. Und da ist ab 1.1.9 Uhr... Okay, sag mal... Aus weiter. Ne, das ist gewohnt, dann hinterher Teil, war klar. Also... Von der Herstellersthema... Mhm. ...vongelassen sein muss, muss man sagen, dass es richtig funktioniert. Und jetzt gehen. Kann man nicht mehr so einfach... Und jetzt gehen. Mach dich schnell, Timmy. Mach dich nicht hier raus. Mach dich nicht hier raus. Das Wunsch. So, noch mal Platz für die Nächsten. Ja. Ja.